In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du in unserem E-Mail Editor Zugriff auf über 500.000 lizenzfreie Fotos bekommst. Wenn du jetzt ein Foto in deine E-Mail einfügen möchtest, dann klickst du jetzt hier einfach auf Bild, auf diesen Bild-Button hier auf der rechten Seite und fügst das Bild dann hier an der Stelle in der E-Mail ein, wo dieses Foto erscheinen soll. Lässt dann los und dann klickst du hier einmal auf Durchsuchen und jetzt gibt es hier oben den Button Suche nach lizenzfreien Fotos. Da kannst du einmal draufklicken und jetzt gibst du hier einfach den Suchbegriff ein, also was für ein Foto suchst du? Zum Beispiel möchte ich ein Foto von einem Notebook haben, gebe ich jetzt hier ein Notebook ein, klicke einmal auf Enter und dann werden mir jetzt hier alle Fotos zum Thema Notebook angezeigt und ich kann mich hier durchscrollen und das für mich passende Bild aussuchen. Wenn ich das dann gefunden habe, dann klicke ich hier einfach bei dem Bild auf Import, dann wird das Bild hochgeladen und wenn ich das Bild dann jetzt verwenden möchte in meiner E-Mail, klicke ich hier einmal auf Einfügen und schon ist das Bild eingefügt. Und genauso kann ich natürlich jetzt auch Bilder ersetzen, also wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Bild hier habe und dieses Bild ersetzen möchte, klicke ich hier einmal auf Bild ändern. Wenn ich jetzt wieder ein lizenzfreies Foto haben möchte, klicke ich hier wieder auf die Suche, gebe hier in den Suchbegriff ein, Bergsee möchte ich zum Beispiel suchen, suche mir hier das schönste Bild aus, was ich verwenden möchte, klicke dann wieder auf Import, dann wird das Bild hochgeladen und wenn ich das Bild jetzt in meiner E-Mail verwenden möchte, klicke ich jetzt hier bei dem Bergsee Bild einmal auf Einfügen und dann wird das Foto jetzt ersetzt, dauert einen ganz kleinen Moment und jetzt habe ich dort den Bergsee eingefügt. Ja und so hast du Zugriff wirklich auf über 500.000 lizenzfreie Fotos, die du in deinen E-Mails so verwenden kannst und da wünsche ich dir viel Spaß mit, viel Spaß bei der Gestaltung deiner neuen tollen E-Mails. Bis dann, tschau.